Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder ein Produktvorstellungsvideo einer neuen Batterie der Firma Pyrulent. Diese nennt sich Proud & Loud. Wird präsentiert von Feuerwerk & Balloons, ein YouTube-Kollege von mir oder von uns alle, wo wir YouTube machen. Ein interessanter Typ, gerne mal hier auch mal schauen, was er für Videos macht. Auf jeden Fall hat er dieses Jahr bzw. 2019 eine eigene Batterie kreiert mit der Firma Pyrulent mit 36 Schuss, 25 mm Kaliber, ca. 20 Sekunden Brenndauer und 397 Gramm Explosivmasse, also auch schon eine ganze Menge und ich würde sagen, wir schauen uns das gleich mal an und am Ende seht ihr noch eine Bewertung, was ich eben von diesem Produkt dann halte. Viel Spaß! 2.3 4.3 4.8 6.5 5.5 7.5 7.5 8.5 8.5 9.5 8.5 9.5 9.7 9.7 10.6 10.7